Willkommen zu Formel 1, was eh nicht online geht, weil die Aufnahme gleich abkackt, aber trotzdem herzlichen Willkommen. Könnte jetzt tatsächlich 17 sein. War doch gesagt. Vielleicht dachte ich, es war geschätzt. Nee. Erst war es geschätzt und dann war es äh... Ich steh mir um den Block hier in der Reihe. Okay, das läuft da. Ich bin halt vorsichtig in der Kurve. Ja, du. Okay, was machst du denn? Ja, rüberziehen. Ich wollte das halt... Alter! Ich bin halt vorsichtig. Ja, das ist doch meine Schuld. Hab ich denn weggekriegelt. Ah, du hast ja draufgefahren, ey. Ich hab extra gerade einen Rückspiegel. Seidenschläge, guck wie sonst was. Und den komm ich von hinten. Oh, da ist immer sehr viel Grünfläche. Mann, ich bin hier im Ramm-Kiddy-Fell. Nein, da ist mein Werfen kaputt. Mach dir die Sockenreifen und halt das durch? Hm, nee. Alles klar! Ist okay! Hallo Keller! Ist okay! Ein weißer Punkt verabschiedet sich da gerade. Das steht da im zweiten Sektor. Eriksen hat mich gedreht. Eriksen hat mich gedreht eiskalt. Eis! Eiskalt! Eriksen ist hier, Alter. War das alles kaputt, Keller? Nichts. Jetzt ist es komplett kaputt. Weil Reifen komplett dreckig waren und dann jetzt banal los quatsen was. Sagst du harte Reifen und go-go? Nein. Eriksen ist ein go-go. Ja, das sind ja die Harten. Die Harten für dieses Rennen. Ah. Ah. Eriksen ist auch da einfach ein geiler Mann. Der fickt ihn einfach weg. Ja, ja. Hast du ihm bestimmt wieder keinen Platz gelassen. Ja, hat er auch. Habts gesehen. Jaaaa. Der keller nach vorne. Er keller nach hinten. Und er zieht voll links. Jaaaa. Jetzt hast du so einen Bullshit. Nee, das weißt du selber, ne? Was? Dass du den da voll weggekriegelt hast? Was ist für das kaputt, Keller? Ja, ich hab ihn. Mein ganzer Frommflügel ist Bananen. Ja. Markus Eriksen. Kann ich so einen keller finden, gesagt. Bitch. Hä? Jetzt bist du auch in der Box? Jaaa. Warum? Ich hab keines Ausbruchs geknutscht. So. Ja. Jetzt ist mir abwachsen aufgeschlalscht. Ja, wenn wir in der Dreckclub wieder vorher gucken, drehen uns gleich noch nichts. Ja. Weil ich vorsichtig gefahren bin. Hast du den bestraft, Keller? Was hast du denn? Es lang. Keller. So, nach Model O Shit. Jetzt. Das war O Shit. Boah, hält die Aufnahme echt durch? Das wär der Ober Shit. Oh! Jesus, Maria und Adolf! Die Aufnahme tatsächlich halten sollte. Wir spielen auf Schwierigkeitsgrad KI schwer. Wegen Kell und Nils. Ecke bräuchte eigentlich Amateur. Und Fahrzeuge sind ausgeglichen. Ja, genau. Ich bin auf dem dritten. Ja. Ich wurde weggerannt. Ich bin Anfänger. Warum bist du denn auf 17 oder so gestartet, Keller? Weil ich Reiken gehabt hatte. So, ja. Und fünf letzte Strafe bekommen haben. Warum bist du denn nicht vom fünften gestartet oder sechsten? Ich spare mir meinen Skill für die nächsten Rennen auf. Okay. Baku sagst du? Was ist passiert? Ja, Fahrhilfen sind auch ausgeschaltet bei mir. Möchte ich mir mal kurz anmerken. Ich fahre nicht ohne Fahrhilfen. Oh, geil, ne? Ich, oder? Das ist wie in Monaco damals. Ja, das klingt so. Ja, ne? Ich bin Professional Driver. Bamm. Ja, der ist dran. Watt. Vor dir ist doch gar keiner. Nein, der ist jetzt aktiviert. Ja, das ist jetzt ungünstig. Und was denn? Zwei Euro für ein neues Auto. Was ist passiert? Da, wo du jetzt fährst, rechts auf den Körb gekommen, Heck weggebrochen und links in die Mauer. Okay. Kann ich halt nichts mehr machen. Und Keller, holst du auf Nils auf oder was ist bei dir los? Ja, ich fahre auch Kacke. Ja, ich weiß. Ist halt Kacke. Oh, jetzt wird er nach so weglein, sagt er mir. Oh, er sagt gerade, es soll trocken bleiben bei mir. Krass, das kann ich nicht sagen, Kille. Oh. Puh, schon fast abgeschlossen, ja? Ich hab das Heckausbrechen gefühlt, ey. War ganz kurz davor. Oh! Okay, der DS. Und der Messung war zu früh. Oh! Oh, Nils. Da kam auch halt die Witze zusammen. Oh, Helicoptercam. Was ist passiert? Nix. Kenne, was sagst du dazu? Ja, gut, weil ich weiß, wo die Bremse ist. Was ist passiert? Nils scheint ja nichts mitgekriegt zu haben. Ich hab meinen Heck schön reingedrückt zu haben. Aber jetzt bin ich vorne. Hinter mir und rammst mir hier alles. Ich hab genau so arg, dass ich da jetzt reingehalten wie du vorher. Ich hab nichts mitgekriegt. Was war da passiert? Nix. Du hast ihn sauber von der Strecke gedrückt. Ja. Oh. Oh, da hat Nils satt wieder survived hat, ne? Mann, ich bin so kacke. Dementsprechend hatte ich meinen Manöver bald gerechtfertigt. Dann sag doch was. Ich war vorne. Ja, ja. Oh, gut. War du was, vorne. Stimmt, aber es ist kein Grund, mir gleich eine Hecke in der Fresse zu drücken, ne? Ja, ich dachte ich doch achte, auch mal etwas ein bisschen mehr bremsen. Ja, du steht das aber noch aus der Fertkirze. Du siehst das, ob da was neben dir ist, oder? Nein, hab ich nicht gesehen. Weiß ich wie in der Evo. Ich muss in den Rückspiegel sogar noch schauen. Wenn ich sehe, ob was neben mir ist. Ist bei dir nichts kaputt gegangen? Nö. Warum sollte es? Ja, weil du mich da rausgekriegt hast. Du, war einfach schneller. Jo, die haben sich da vergeben gerade. Da hast du ja auch ein schnelleres Auto. Ah, die sind sehr weit weg, die anderen. Holst du die nicht mal ein Kelle, oder was? Geh ja nicht davon aus, um ehrlich zu sein. Oh man, bist du Luke. Hab 45 Sekunden Abstand auf ein 19. Also... Ja, ne? Da wird selbst ein Boxes doch nichts bringen. Achso... Ein Fertiker wär nice. Ja, den sag mal für eins. Nö, mach du mal lieber. Ich hab's versucht. Hey, dein Geld, ja. Guckst du jetzt eigentlich der K.I. zu, oder was machst du? Nö, dir. So. Urteilst mein Rennen, oder was? Oh, nö, ich bin Afghan. Aber die Aufnahme ist dabei. Super. Wir sehen die Leute mal, wie ich professional hier fahre. Ja. Was ist passiert? Ah, kurz nen Crash der er gehabt. Die Kurve war gerade recht, ey. Na, Kelle, wie sieht's aus? Kannst du noch einen holen auf die letzten oder nicht? Nee. Gar nicht? Weil die sind 48 Sekunden entfernt von mir. Also für euch beiden ist safe letzter und vor letzter. Ja, quasi. Also... Nice, ich fahr weiter. Nö, letzter. Ja, klar. Kann ja noch sonst was passieren. Ja, wenn jetzt noch ne Safety Car Phase kommt. Ähm. Hat er nen Brand-Kinny? Wie gesagt, jede Gefahr in der Runde trainiert einen. Das macht ja auch Spaß. Was ist hier nach, in der Strecke? Mal rein. Das macht ja den Helikopter. Was ist hier nicht? Ich glaube, das macht ja auch nichts. Was ist hier nicht? Das macht ja gar nicht. Ich glaube, ich mag nicht. Ich glaube, ich mag nicht. Ich glaube, ich mag nicht. Mein Schuhkollege ist in der Box. Ich war schon in der Box. Ja, aber du musst doch hier in die Box. Hä? Ja, pass auf. Fack mal, reicht nur am 26%. Was lasert der? Ja. Ah, 5 Punkte habe ich in einen Beitrag kommentiert. Zum wieder. Oh, ich bin aus. Was. Was. Shoulder, schmerzt, schmerzt er. Wir müssen nicht aufgeschienen. Uh-höh. WELCOME! Das heißt, du wachst! Ach ja, Kelle. Oh, wer ist denn jetzt neuer KFB-Käppen? Neuer. Neuer, neuer KFB-Käppen. Was sagst du die schnellsten Runden von hinten erst platzierten? Äh... 1,25. Ja, witziger. Hä, wo kann man das denn nachgucken? Rennleitung. Ja, und denn? Auf die einzelnen aufklicken. 1,31. Äh, ja, 1,31 ist topzeit. 1,32. 1,32. So eher 1,32. Dann würden ja meine Zeiten ganz gut passen. 1,32 habe ich jetzt Bestzeit. Geht ja. Und die letzt platzierten fahren so 1,35, 1,34. Ach du Kacke. Das ist ja verdammt langsam. Was denn bei Vorfällen passiert? Also eigentlich müsstest du aufholen. Deine Koalition mit Markus Eriksen verschuldet. Ja, tue ich ja auch, aber... Aha, was hast du denn gesagt jetzt? Jetzt lauert die Koalition mit Markus Eriksen verschuldet. Er lacht doch schon wieder so. Rennleitung, Vorfälle? Wo ist er denn? Da. Da. Koalition mit Eriksen verschuldet. Ah, ja. Ich hab den... Ich hab doch noch als die Boxes doch gerade selber nachgeguckt, was da stand. Haha, scheiße. Bist du dir sicher? Ah, schon könnt ihr mich nicht. Ich kenne rechts ist ein Witzer. Okay. Und rechts vor links, also Schüttgeschwürdigkeit. Oh! Ah! Oh, nö. Ist der Simulationsschaden der normalen? Ist das der Durchschnittsschaden oder der realistische Schaden? Das ist der realistische. Das Maximum, was geht. Das ist der Simulation. Jetzt kann ich die 변f Albale kommen. Damit wir hier oben auf und darauf achten, dass der Simulation der Simulation zur Rolle geschenkt wird. Wir haben den Simulation in die Stadium entgegen. Vielen Dank. Oh shit, das hat aber gut. Was passiert drin? Ein bisschen zweiter auf den guten Streifen gekommen, mehr nicht. Ah, schon wieder relativ weit kann das sein. Was hast du gezeigt? Ob das relativ weit aus dem guten Streifen war. Ja, diese Runde war, ist nicht so töfte. Der zweite Sektor war kacke. Ne, der dritte war das. Der zweite Sektor, ich bin ja noch verbessert da. Ja, komm Kelle, fast 20 Sekunden zum Vordermann, das holst du ja noch eben auf, ne? Ja, klar. Oh, fett gemischt gestellten, jetzt geht's los. Oh nice. Soll ich das Rennen denn vor euch gleich beenden? Ja. Ja. Nein, fahr durch. Nein. Doch, für die Aufnahme, Mann. Dann fahr ich durch. Hast du der TV übertragen oder Onboard dann? Nö, derzeit fahr ich Onboard. Ich guck mal, Himmel, die zuerst viel spannender. Der fährt vorne, Frau Beckhunter. Der Rosberg, ist der am Kämpfen? Nein. Alkirnen. Auch nicht. Ah, da ist ein Praudus. Ich könnte nicht jetzt rein theoretisch gesehen auch Palma oder so gewinnen, Ja, theoretisch schon, aber die KI fährt halt, also Hamilton fährt halt schneller als Palma oder so. Ah, okay. Ah, nur 17 Sekunden, Eck, ja. Ah, da könntest du nur Beholvorgang kommen, jetzt auf Platz 7. Boah, auf Platz 7? Boah, krass. Oh, ja, die sind ja alle dicht zusammen da. Ah, die KI wird nicht überholen. Garantiert nicht. Ist halt die langweilige Code-Master-Sky. Dafür steht hier gleich nochmal, wo das DRS-Fenster? Nö. Oh, ja. Das war's. 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 Das war's.